Musik Werkstätten müssen sich bewusst sein. Reifendruckkontrollsysteme nehmen einen erheblichen Einfluss auf das Reifengeschäft. Der RDKS verändert grundlegend das Werkstattgeschäft. 70% der neu produzierten Autos kommen heute mit einem direkt messenden RDKS-System. Das heißt, wir bekommen millionenfach jetzt allein schon in diesem Jahr die Sensoren in den Markt. Und wir haben die geeigneten Geräte mit dem VDO TPMS Pro Tester, um den kompletten Räderservice einfach und schnell zu handeln. Nicht nur für unsere hauseigenen Sensoren, sondern auch für Wettbewerbsprodukte. Doch RDKS ist nicht nur Herausforderung, sondern bietet auch erhebliche Chancen. Das wirkt Riesenchancen für einen Zusatzumsatz, sofern ich mir das Rad selber zusammenstelle und womöglich nicht über einen Komplettradbestücker gehe. VDO bietet vielfältige Möglichkeiten. Wir haben alle unsere OE-Sensoren im freien Teilehandel und darüber hinaus unser neues Ready-Sensor-Konzept vorprogrammierte Mehrmarkensensoren im freien Teilehandel, die sehr, sehr günstig angeboten werden können. Um diesen Mehrumsatz generieren zu können, müssen sich Werkstätten unbedingt mit dem veränderten Reifenservice vertraut machen. Kontinental bietet sämtliches, was es bedarf, um den RDKS-Service zu gewährleisten. Das fängt an mit dem TPMS Pro Tester. Es geht weiter über die Sensorlandschaft, die OE-Sensoren, die wir abbilden, die Ready-Sensoren, die wir zusätzlich abbilden. Und auch die Werkzeuge, damit ich die Anzugsdrehmomente einhalten kann, Drehmomentschlüssel, Service-Kits, um gewisse Teile bei den Sensoren auszutauschen. Ein komplettes, rundes Programm für RDKS. Vielen Dank.